Wir haben ein neues Gehege. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ganz, ganz dankbar zu Tieren in Spanien. Das ist das neue Gehege. Man hat einen Zaun repariert und neue Zäune gebaut, auch hier. Sehr schön gebaut, hier so, damit die Hunde dürfen nicht in diesen Loch rein. Dieser Zaun wurde repariert, sehr schön gemacht. Hier, wir haben das besser für das Wasser, damit das Wasser fließt nach draußen. Und hier auch, dieser Zaun wurde total repariert. Hier auch dieses Loch eingesperrt, hier für das Wasser. Und hier folgt der reparierte Zaun. Es gibt neue Teile, andere reparierte wie diese. Wir sind so glücklich und bald bringen wir Hunde rein. Das ist so toll! Juppie! Das ist der neue Teil. Alles neu. Schön, nicht wahr?